Gott wäre nicht Gott, wenn wir armseligen Menschen ihn jemals verstehen würden. Sein Ratschluss ist unerschöpflich, aber auch seine Güte und Barmherzigkeit kennt keine Grenzen. Wir wollen beten. Wann sehe ich meinen Mann? Ihren Mann? Otto Quange! Er wird doch heute auch hingerichtet! Sie müssen jetzt stark sein, Frau Quange. Ihr Mann ist seit zwei Monaten tot. Im Gerichtssaal. Nachdem Sie aus der Verhandlung ausgeschlossen wurden. Trösten Sie sich damit, dass er sich seinen Henklern entziehen konnte. Fassen Sie sich, Frau Quange. Vielleicht gut, dass es so gekommen ist. Ihr Mann hat nicht die gleiche Kraft gehabt wie Sie. Aber ich bin sicher, noch heute werden Sie mit ihm vereint sein. O du mein Herr und mein Gott! Aber ich habe mich über Nacht. Ich habe mich überlegt.